So oft, als ich betete, hörte ich den Herrn sagen, bitte mich um mehr. Und heute erinnerte mich der Herr an dieses Wort, denn es ist ein Wort, das all seinen Kindern gilt. Gott wünscht sich, dass du ihm all deine Sorgen gibst und alles, was dich belastet und was in deinem Leben zerbrochen ist. Und all jene von euch, die ohnehin viel beten, möchte ich daran erinnern, dass die Rettung so vieler Menschen möglicherweise von euren Gebeten abhängt. Hast du vielleicht Freunde, Familienmitglieder oder Mitarbeiter, die Jesus Christus noch nicht kennen? Gibt es jemanden, der Heilung braucht? Jedes Mal, wenn du betest, bitte auch für sie, bitte um mehr Gnaden und zwar in der Art der wahren Nachfolge Christi. Dies wird Gottes Herz erfreuen und dir und den anderen zum Segen werden. Halleluja, preisen wir den Herrn. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!